Wertschätzung ist etwas ganz Wesentliches auch, was immer mehr sich zeigt, denn Wertschätzung ist die neue Währung. Wertschätzung und Mitgefühl, das wird die neue Währung und das ist natürlich, manche werden jetzt sagen, ja ich sehe es nicht und wie die Menschen miteinander umgehen, ja geh mal raus aus der Verurteilung und schätze einfach die Menschen, die diese Wertschätzung füreinander bereits leben. Und so kreiert sich sehr viel Energie, die wundervoll immer präsent ist, denn die Seelenessenz ist immer präsent und die Seelenessenz ist Liebe.